Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Ton und Bild ist okay. Da wir ja letztes Mal den Livestream ausfallen lassen haben, oder ich besser gesagt, muss man ja jetzt mal gucken, ob die Technik noch funktioniert. Das ist ja immer so eine Sache. So, ich schalte mal um und dann geht's los. Ich hoffe, der Jens ist da. Also, das ist ein Bild. Darüber haben wir schon im Discord gesprochen. Ich tausche dieses Bild gleich wieder aus. Ich möchte nämlich ursprünglich eigentlich nur über diese Rose reden. Aber hier kann man am besten erkennen, was mir hier sofort ins Auge gestochen ist. Und zwar das Stück hier. Hier ist einfach die Farbe nicht drin. Und da denke ich mir dann, weil es auch ein großes Stück ist. Klar, man hat hier so, hier ist man irgendwie doch ein bisschen vorbei dran. Hier in dem Bereich auch. Aber das ist völlig egal. Das kann ja einfach mal passieren. Niemand ist perfekt. Aber hier ist es doch ein relativ großes Stück. Da hätte derjenige das sehen können und hätte da vielleicht einfach mit seiner Liner nochmal einsetzen können. Oder mit einer Round Shader wurde das ja hier gemacht. Glaube ich, nochmal nachsetzen können und die Lücke schließen. Das ist das, was ich als erstes sehe. Bei mir ist es so, das machen und das sollte einfach jeder machen. Jeder, der der Meinung ist, er möchte irgendwann mal Tätowierer werden. Dann hören wir einfach auf, irgendwelche Motive zu bewerten. Dann ist uns, mir persönlich, ist es völlig egal, ob da, ob da jemand, keine Ahnung, Oldschool-Rosen drauf hat oder ob da jemand ein Porträt drauf hat oder mir ist das völlig egal, was da jemand drauf hat. Ich gucke da nur, wie ist es gemacht. Nur das interessiert mich. So, und weiter im Text. Wir sprechen jetzt hier über diese Rose. Ja, zum Ersten finde ich gut, dass hier keine Linien genommen sind. Also hier, das ist so ein Mittelweg zwischen, ähm, ich werde jetzt realistisch. Was mir hier ein bisschen stört, erst mal, dieser Bereich von Haut. Hier muss man wirklich ziemlich vorsichtig rangehen mit dem Schattieren. Ich finde auch, dass dieser Bereich hier wirklich toll schattiert ist. Das ist wirklich gut. Hätte ich mir gewünscht, dass es überall so ist. Und derjenige, der das gemacht hat, kann auch schattieren. Die Frage ist nur, warum hier so diese Kanten passieren. Und oftmals passiert so, was, wenn man mit der Magnum nicht arbeitet. Man muss, ich mache da, ich mache da demnächst, also dauert nicht mehr lange, da mache ich ein Video und zeige euch mal, wie man mit einer Magnum überhaupt arbeitet. Ich habe nämlich vor, eine Basic-Reihe zu machen, weil ich bin mit meinen Videos, bin ich doch tatsächlich irgendwo mittendrin eingestiegen. aber ich möchte noch mal ein paar Basics machen, wie es überhaupt losgeht. Also stinknormale Handgriffe, die bei manchen Leuten einfach noch gar nicht drin sitzen, weil sie die überhaupt gar nicht kennen. Und bei mir ist es einfach so, ja, ich habe vielleicht vergessen, so 100% wie waren meine allerersten Schritte. Aber die habe ich jetzt wieder im Kopf und darüber mache ich jetzt nochmal separate Videos. Vor allem, wie man mit einer Magnum arbeitet. Und hier ist das Problem, wenn ihr eine Magnum, ihr wollt ja hier eine schöne, gerade, glatte Kante haben, damit es halt nicht so ausgefranst aussieht, wie dieser Bereich hier zum Beispiel. So, ihr wollt hier eine glatte Kante haben. Also, was macht man, wenn man jetzt so immer rausschattiert und man hat, so wird die Schattierung, wird so am schönsten. Aber, wenn man noch keine Ahnung hat oder noch nicht so das Gefühl hat in den Fingern, dann passiert das so, dass man hier, dann stößt man hier mit der Magnum rein, dann stößt man wieder hier rein, dann wird man ein Stück gerade, dann trifft man wieder nicht, weil man am Ende ja wieder ein bisschen schneller wird, weil die Geduld ja fehlt. Und dann wird das hier alles nur noch so eine, so eine Kante. So, also, was kann man machen? Ganz einfach. Wir setzen die Magnum hier an und schattieren hier einmal schön rum. So, was passiert da? Wir bekommen automatisch hier eine dunkle Kante. So breit wie die Magnum ist, haben wir dann hier in dem Bereich einfach mal dunkel. So, dann gucken wir uns das an. Dann sehen wir, wenn wir jetzt hier rausschattieren wollen, also versuchen wir von hier aus raus zu schattieren, aber wir bekommen diese eine Kante hier, bekommen wir nicht weg. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als dunkler zu werden. Und wenn wir das machen, dann haben wir ruckzuck ein dunkles Tattoo. Aber ich bin euch noch diese Rose schuldig, wie man eine Rose schattiert. Ich habe es noch nicht vergessen. Aber bei mir war halt auch ein bisschen Trubel, Jubel, Jubel, Heiterkeit und deswegen habt ein bisschen Nachsicht. So, hier sehe ich, ich weiß nicht, ob derjenige das so umgesetzt hat, wie ich das cool finde, aber ich schattiere meine Blätter auch so. Ich schattiere sie einmal von hier und ich schattiere sie einmal von hier. Aber wenn man das hier so macht, jetzt kommt es wieder mit dieser Magnum. Ich halte meine Magnum schräg und setze sie hier an und ziehe sie hier rum. Dadurch bekomme ich automatisch wie so ein Dreieck hier rein. So sieht das dann aus. Und dann kommt der nächste. So ähnlich sieht das dann nachher aus. Ich zeige euch das. Und ich würde bei diesen Blättern, ich würde auf diese komischen Linien hier drin verzichten. Da sind wir wieder bei Linien. Die würde ich komplett weglassen. Ich finde, das macht das ganze Tattoo irgendwie unrund. Hier mit diesen Linien hier drin. Ich weiß, dass echte Blätter auch Linien haben, aber die sind ja nicht so ausgeprägt. Und in den meisten Fällen hat ein Rosenblatt ja auch bloß eine dünne Linie. Eine ganz hauchdünne, weil diese Adern von den Blättern, die sind unterm Blatt. Und wir haben oben auf dem Blatt eigentlich nur eine Knickkante und keine dicke Linie. Aber wenn sie drin sind, also es ist nicht schlimm. Wenn es dazu passt, kann man das ja machen. Also ich finde diese Rose einfach nur sehr grob schattiert. Hier sieht man eindeutig komplett die Nadelstreifen. Das passiert, wenn man mit einer 100% Mischung darüber geht. Dann sind die Pigmente natürlich sehr kräftig. Und wenn man dann hoch schattiert und auch noch zu schnell ist, dann sieht das nicht ganz so schön aus. Man könnte fast sagen, dass es Pepper Shades sind, aber Pepper Shades mit einer Magnum finde ich nicht schön. Das sieht mit einer Liner Nadel einfach viel schöner aus. Ja, ich würde hier auf jeden Fall, ich habe, ich weiß, dass hier oben nachher auch noch Rosen hin sollen. Aber hier würde ich wirklich achten, dass irgendwie vielleicht diese Rose nochmal nachgehen. Man kann ja zum Beispiel doch mit einer, mit einer, obwohl derjenige kann es ja, weil hier ist eine schöne, saubere Kante, hier auch. Hier auch und hier drinnen einfach nicht. Und das finde ich nicht ganz so gut. Jetzt könnte man hier mit einer Round Shader, könnte man zum Beispiel diese Kanten hier nochmal ein bisschen nachgehen, dass man hier irgendwie, also die Blätter Anordnung stimmt ja auch nicht, weil dieses Blatt hier ist nicht ganz richtig und hier dieser Bereich ist ja auch nicht richtig. Hier fehlen einfach noch ein paar Linien. Die könnte man noch nacharbeiten und dann sieht die ganze Rose nachher auch schon ein bisschen anders aus. Würde ich auf jeden Fall machen. Alles ein bisschen, ja, hier fehlt komplett die Rosenkante. Das wurde einfach raus, einfach alles komplett mit Schwarz gemacht. Das hätte nicht Schwarz sein müssen hier. Wenn man jetzt hier wirklich ein bisschen dunkler gemacht hätte, dann würde das alles schon ein bisschen mehr nach Rose aussehen. Dann könnte man hier noch ein bisschen, was auch hilft, man kann sich diese gesamte Rose einfach mal so ein bisschen vorschattieren. Man geht einfach mit einer Magnum mit 100% Schwarz und schattiert sich diese Kanten einfach nur raus. Da, wo auch wirklich Schwarz ist. hier dieser Bereich hier. Das Blöde ist hier bei dieser Rose, hier geht wirklich alles eins in eins über und das hätte man irgendwie ein bisschen verhindern können. Jetzt haben wir hier, hier könnte man auch nochmal dünn rüber gehen, könnte hier nochmal so ein Blatt setzen und hier reingehen. Jetzt haben wir die Kante hier noch. Also hier fehlen einige Blätter. Das kann passieren, wenn nachher am Ende, wenn man sich im unteren Bereich zu lange Zeit lässt. Also wenn, wenn ihr hier in diesem Bereich anfangt und ihr lasst euch unheimlich viel Zeit und mit jedem Wischen, was man so macht, wischt man sich ja irgendwie doch immer mal ein bisschen das Stencil weg. Und um das zu verhindern oder besser gesagt und dadurch, dass man das Stencil wegwischt, wischt man sich natürlich auch hier das Innere. Ich nenne es mal das Rosenherz. Das wischt man sich irgendwann weg und viele Leute, die eine Rose machen, haben genau hier drinnen das Problem. Und ich behaupte mal, ich habe schon unheimlich viele Rosen gemacht und mir passiert es immer noch, dass mir hier drinnen das Innere meistens fehlt. Vom Stencil her schon. Und ich mache mir dieses Innere der Rose, mache ich mir beim Tätowieren, mache ich mir das einfach selbst rein. Ich richte mir nicht danach, wie es hier drinnen ist. Die meisten Vorlagen werden von irgendwelchen Originalrosen genommen und hier drinnen sind, da überlappen nochmal 50 Rosen. Und das würde ich schauen, dass ich das gar nicht erst mache. Dann lieber hier wirklich was ganz Einfaches selber reingezimmert. Irgendwie das muss nicht viel sein. Hier, zack, einfach nur und dann hier drinnen nochmal ein Blatt überwurf und dann ist es gut. Und dadurch, dass, ja, wenn es halt hinten weg ist, dann weiß man irgendwie nicht mehr weiter. Aber im Grunde genommen sind Rosen ja wirklich nicht schwer. Das ist ein Blatt, was über das nächste geht, über das nächste, über das nächste und dann wird es halt immer kleiner. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Nadelstärke zu dick ist. Also, es wurde dazu geschrieben, welche Nadeln genommen wurden. ich hatte auch glaube ich ursprünglich vermutet, dass das hier alles mit einer 0,35er gemacht wurde. Aber ich glaube gelesen zu haben, dass es nur eine 0,30er war. Das kann halt auch einfach passieren, wenn man zu schnell macht und die Maschine zu langsam läuft. Dann bekommt man sowas hin. Es kann aber auch sein, diese Haut hier in dem unteren Bereich, die nimmt wirklich sehr schwer Farbe an. Man kann entweder kann man richtig schön langsam hier kreisen, hier das Schwarze, man kann hier, ja genau, man kann hier schön langsam kreisen, dann wird es auch wunderbar schwarz. Jetzt nimmt man eine 0,30er und will hier schön sauber raus schattieren und dann geht diese olle Farbe nicht rein. Das ist aber ein Problem von der Hautstelle und meistens wird es danach dann doch dunkler. Was man machen kann, wenn man merkt, so wie ich es mache, wenn ich merke, ich komme hier nicht weiter, wenn ich weich schattieren will und es geht nicht, dann mache ich es so wie beim Video butterweiches schattieren. Dann nehme ich mir mein dunkles schwarz, mache mir wie gesagt hier diese Stellen, diese Übergänge, die mache ich mir alle schwarz und ich schattiere sie auch direkt raus und dann nehme ich mir jedes Blatt einzeln vor. Ich nehme dann erst das Blatt und nehme eine Magnum, nehme etwas Wasser und mache mir den ganzen Kram erstmal kurz auf. Die Nadel einen Millimeter rausstehen lassen und einmal kurz rüber. Dann macht man eine Pause Zigarettenlänge, also man macht schon mehr, also hier so diesen unteren Bereich, den kann man machen, den öffnet man sich mal kurz, dann haut man gute Butter rüber, geht eine rauchen oder whatever und dann schattiert man sich das aus, dann geht die Farbe besser rein. Es gibt zu jedem Problem gibt es meistens auch eine Lösung und das mit dem Jens ich denke mal wird er noch ein bisschen dauern bis der die obere Rose bekommt oder vielleicht habe ich bis dahin schon mein Video fertig mit der Magnum so jetzt kommen wir mal zu einem persönlichen Anliegen nein gar nicht überhaupt gar kein Anliegen zu einer persönlichen Aufgabe die ich unserer Oma Abby gestellt habe die nächsten Samstag danke dass du mir so unter Druck setzt mal schauen also die Oma Abby die hat ein Problem mit dem Flächenfüllen so und ich habe da eine 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 ich habe ihr eine Frage gestellt ich habe ihr eine Aufgabe gegeben oder besser gesagt ich habe gefragt ob sie für mich mal was machen würde was mich interessiert ob Anfänger das können und sie hat mir ich habe ihr eine Aufgabe gestellt und zwar diese hier unten ich habe ihr die E-Mail geschickt mit dieser Vorlage ich wollte von ihr dass sie das hier füllt dass sie hier diese Kreise macht dass sie diese skritzelei macht da hatte sie freie Bahn konnte sie machen wie sie will es gab nur eine Bedingung und die Bedingung war es wird keine Liner genutzt es muss alles mit der Magnum passieren und das ist dann dabei raus gekommen und natürlich sind diese Sachen hier nicht gut gefüllt aber solche Übung könnt ihr auch mal machen wenn ihr mal nicht wisst was ihr machen sollt dann nehmt ihr euch einen Filz stift oder was auch immer und kritzelt einfach mal und das versucht ihr nachher mit einer Magnum fertig zu machen weil klar das füllen ist hier nicht ganz so klasse gelaufen ich zeige aber irgendwie noch persönlich wie das funktioniert mit diesen Flächen füllen aber worum es mir ging wenn man so ein Motiv hat dann nutzt man keine liner dann nutzt man einfach das was auf dem Tisch liegt wenn ihr eine 19er Magnum habt dann macht man das mit einer 19er wenn ihr nur eine 13er habt dann macht man das mit einer 13er wenn ihr nur eine 7 wird vielleicht schon wieder ein bisschen zu klein aber wenn ihr eine 27er auf dem Tisch liegen habt dann könnt ihr auch eine 27er nehmen und und zwar geht es nämlich darum dass man hier geht es einfach nur um kritzelei man kann ja relativ gut erkennen dass es einfach nur so wisch 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 ist so und dann wie mit einem Pinsel und dann kommt hier noch extra so eine Farbbahn nur darum ging es ja genau happy genau das meine ich wenn man nämlich viele Leute nutzen ihre Magnum einfach nur die sehen nur aber eine Magnum hat keine breite Seite mit einer Magnum kann ich Sachen füllen oder ich ziehe mit einer Magnum ziehe ich solche Linien ich ziehe solche Linien ich mache das was ich will weil ich kann doch mit einer Magnum ich kann sie auch schräg halten dann taucht sie in der Haut nur bis hierhin ein und wenn ich sie so schräg halte also hier geht die Magnum weiter und wenn wir dann eine Soft Age Magnum haben dann haben wir hier den Rundbogen ich nehme mal eine andere Farbe hier haben wir unsere Haut jetzt kommen wir mit unserer Magnum wir haben hier den Rundbogen und wir haben hier den Rundbogen so läuft ja meistens eine Magnum eine Soft Age Magnum so und wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesen Rosen bei dem Jens am Anfang hier ist das Rosenblatt zu Ende dann gehe ich mit meinem Magnum genau hier in diese Kante rein ein bisschen tiefer und gehe so aus der Haut zeige euch das mal so gehe ich rein mit der Magnum und schattiere einfach einmal so lang schön sauber und ihr könnt auch eure Hand als Anschlag nutzen wenn ihr zeichnet und ihr habt eure Handballen hier drauf dann ist doch hier der Anschlag und wenn ihr so macht dann könnt ihr doch immer wieder in diesen selben Punkt eintreffen das ist minimal was daneben geht aber ein bisschen mehr auf die eigene Hand hören und dadurch dass ihr diese Magnum aber in dem Bereich hier nicht voll eintauchen habt bekommt ihr hier eine ganz weiche Schattierung hin und dann könnt ihr nachher von überhaupt gar keiner verstanden was ich gerade gesagt habe ich muss gucken ob ich euch das irgendwie zeigen kann aber für mich ist diese Aufgabe definitiv erfüllt und ich habe gesehen was ich sehen wollte genau und das füllen wenn man sowas hat hier solche solche Figuren dann spielt überhaupt gar keine Rolle ob jetzt hier zum Beispiel diese Linie einfach ein bisschen dicker ist ob dieser Bogen etwas länger ist der geht hier noch so mit rüber das spielt hier überhaupt gar keine Rolle es ist fiktiv es spielt es ist völlig egal wenn der Kunde kommt und sagt das hat meine Tochter mein Sohn mein Divers gemalt dann muss es genau sein aber sollte es in irgendeinem Motiv mit drin sein wie bei watercolor irgendwelchen anderen Kram dann spielt es absolut überhaupt keine Rolle wie das aussieht ob es dicker dünner ist ihr müsst es so machen dass es ins Motiv reinpasst und dass es gut aussieht der rest ist egal genau und zum füllen mache ich noch das Video ich habe noch bestimmt so eine lange Videoliste gebe Gas damit das alles kommt Jens das ist schön Juki ich meine sie schmal rein nicht die gesamte Breite nutzen sondern einfach die eine Seite etwas hoch stehen lassen und dann so lang jattieren sozusagen aber wir machen mal weiter jetzt hier so wir haben wisst ihr eigentlich dass nach meinem letzten Livestream mein Stift weg war mein Stift ist immer noch weg ich finde ihn nicht mehr ich hatte ihn mir in die Hosentasche gesteckt aber der ist weg kein Schimmer wo der ist ja ich sehe es auch so aber uns unterscheidet das Alter leider nicht so viel aber ich kann ja ein bisschen schneller werden aber ich habe immer den Hang dazu die Sachen so ausführlich wie möglich zu erklären und dann dauert das immer ein bisschen länger also wenn jemand kommt und sagt er hätte gerne eine Schildkröte und noch ein bisschen Blumen dazu würde ich sagen das ist völlig okay das ist hier ein gutes Tattoo und ja hier ist das mit der Farbe ist das wirklich grenzwertig was ihr niemals machen dürft ist wenn ihr hier die Sachen dunkel schattiert und dann anschließend mit irgendeiner Farbe rüber zu gehen mit rot oder so die früheren Leute die haben das so gemacht also Tattoos in den 90ern und so da wurde das gemacht da wurden dicke Linien drum rumgezogen dann wurde schwarz schattiert und in der zweiten Sitzung wurde das alles mit Farbe voll gepumpt das sind jetzt alles diese ganzen kleinen Rosen die man so sieht oder Teufel und keine Ahnung diesen ganzen Kram diese Rosen die sehen heute alle nur noch aus wie Blumenköpfe oder Quatsch wie Blumenkohlköpfe so so also das nicht machen wenn ihr vorhabt zum Beispiel ich denke das Motiv ist so gewollt ich rede einfach nur so wenn ihr hier vorhabt mit diesem Ton auch hier unten rein zu gehen dann legt euch diesen Farbton in dem gesamten Bereich von hier unten bis nach oben hoch dann nehmt diesen oberen Farbton taucht in ein ganz dunkles braun oder in ein ganz dunkles rot rein und schattiert das hier hoch damit ihr einen Übergang bekommt ich persönlich finde es ist aber nur mein persönlicher Geschmack ich mag zum Beispiel entweder mag ich bunte Tattoos oder ich mag schwarz weiß Tattoos ich bin nicht so der Fan von beiden in einem wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blume eine Rose rot mache oder so dann mache ich da keinen schwarz rein niemals weil es mir einfach nicht gefällt weil alleine die die Pigmentdichte und von schwarz ist einfach so intensiv und man erkennt auch auf der Haut ob ich da eine bunte Farbe gemacht habe oder ob ich da eine schwarze Farbe gemacht habe ich finde der Unterschied ist zu gravierend mir persönlich gefällt es nicht wenn man so ein Black and Grey Tattoo hat und man macht dann komplett ein Rosen Rot oder irgendein hier wie bei Trash Polka dann ist es okay ja ansonsten gibt es hier gar nicht viel zu sagen die Art und Weise ich weiß nicht hier wurde entweder wurde ein bisschen Peppersheds geübt oder halt einfach zu schnell schattiert das kann auch sein genau also ist niedliches Tattoo finde ich gut nichts daran auszusetzen so hier wurde über eine Narbe tätowiert ich weiß gar nicht ob man das erkennen kann hier der Bereich ist eine Narbe und deswegen ist hier die Linie auch so ein bisschen schief und auch hier sieht es aus als wenn die Farbe nicht richtig drin ist aber das liegt an der Narbe Narben tätowieren ist wirklich schwierig und ich würde auch niemanden empfehlen der seit drei Tagen tätowiert hey komm ich hab hier eine Narbe würdest du die mal übertätowieren kann ich nicht empfehlen und schon gar nicht irgendwelche Grobmotoriker weil es gibt ja viele Menschen erschreckend viele Menschen gibt es die haben hier ganz viele Narben und es ist nicht das erste mal dass ich sowas gecovert habe und falls ihr noch viele Tattoos nicht gemacht habt und da kommt jemand und möchte seine Vergangenheit überdeckt haben tut euch selber den Gefallen und schickt den jenigen zu einem Tätowierer der das gut kann und der auch weiß was er tut weil Narben sind die Haut ist wie Pergament und wenn ihr nicht vorsichtig seid und ihr geht hier über eine Narbe rüber ihr kommt aus frischer Haut also hier der Bereich ist frisch hier haben wir eine Narbe und hier ist er glaube ich auch frisch also heile und wenn ihr jetzt mit eurer Linie kommt und ihr geht hier rüber und dann macht es zack und auf und wieso ist das so weil wir haben ja mehrere Haut Schichten und wir müssen unsere Tattoo Farbe in die zweite Haut Schicht rein bekommen und die zweite Haut Schicht ist dafür da unsere Pigmente ob wir im Sommer braun werden oder nicht braun werden oder so wie ich ich werde im Sommer ganz schnell rot dann fange ich an zu pellen und dann fange ich wieder von vorne an kommt jetzt war witzig so und diese Haut Schichten die sind in dem Bereich nicht mehr also die sind nicht mehr in der gleichen Dicke und wenn ihr eure Nadel darüber geht und ihr bleibt in der gleichen Tiefe alles dasselbe dann werdet ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit dass euch die Farbe hier raus läuft und das sieht dann nicht schön aus über Narben muss man wirklich sehr vorsichtig gehen genau das Narben Gewebe ist zerstört ihr geht ihr müsst raus mit der Nadel und dann geht ihr mal ganz vorsichtig rüber und dann schaut ihr wie es aussieht geht die Farbe da rein geht sie nicht rein dann geht ihr wieder etwas tiefer und geht nochmal rüber und dann muss auch gut sein dann stecht es lieber nach oder so aber bevor ihr zu tief kommt ein Tattoo nachstechen ist einfacher wie Farbabsaugen da müsst ihr ein bisschen aufpassen so ansonsten Farbkleckse ich hätte ich hätte das ein bisschen anders gemacht wenn ich so ein Watercolor mache dann vielleicht sind es auch bloß Farbkleckse keine Ahnung wenn wenn ich sowas mache lasse ich immer eine Seite offen ja Maxi also ja also zweimal muss aber auch ausreichen zweimal muss überall ausreichen als Linie wenn ihr schattiert ist wieder ein bisschen was anderes schattieren ist nicht so ja so intensiv und so da könnt ihr ruhig mal ein bisschen rüber gehen aber bei Linien wirklich rausziehen vorsichtig rüber und dann mal gucken und vor allem eine Narbe die darf nicht frisch sein also die sollte wenigstens schon so ein zwei Jahre alt sollte sie mindestens sein genau Michael kannst du ja genau Eclipse einfach mal Eclipse ausprobieren aber nicht erschrecken das ist eine sehr sehr dunkle Farbe also auf jeden Fall wird dir wahrscheinlich gefallen schonender zur Haut ach so äh ja ja äh natürlich genau das sieht man auch äh wenn man wenn man jetzt zum Beispiel dicken Text hat und man nimmt eine Liner und zieht sich die Außenlinien und füllt das dann schwarz mit einer Magnum oder so dann sieht man auch den Unterschied genau mehr Auflagefläche umso weniger äh tut's weh man kann es zum Beispiel auch wunderbar vergleichen mit solche Zauberkünstler die über Nagelbretter gehen wenn ihr mal bei so einer Veranstaltung dabei seid und ihr seht und ihr seht da solche Nagelbretter und ihr seht da irgend so einen Mann der da rüber läuft dann geht hin zu dem und sagt zu dem pass auf Kumpel ich finde das sind einfach viel zu viele Nägel wir nehmen jetzt einfach mal alle Nägel weg und du trittst nur auf ein das ist ja viel besser mal sehen was er dazu sagt es ist halt die Fläche ne wenn er da auf einen Nagel rauf latscht dann ist der direkt durch aber halt viele Nähe Nadeln und umso schonender ist das so ist es beim Tätowieren auch so kommen wir jetzt zu diesem Watercolor also ich würde das immer hier auflassen ich würde es nie komplett rumschließen und ich würde auch übereinander gehen ich würde zum Beispiel mit diesem Blau weiter hier reingehen ich würde mit dem Blauen würde ich höher gehen ich mache das auch meistens so ich nehme den Grundton zum Beispiel wenn ich ich habe jetzt nur die Farben hier ich möchte zum Beispiel ein Watercolor machen mit diesen Farbtönen also hier zum Beispiel ich nehme jetzt hier so ein helles Lila ne wir machen das hier so wir nehmen hier so ein Magenta also würde ich diese komplette Bleche mit diesem Magenta ausfüllen ich schattiere das und schattiere mir das hier so diese Kante und ich gucke auch ich gehe ungefähr so bis hier würde ich jetzt rüber gehen und dann schaue ich aber auch direkt dass ich diese so ein paar wie wir hier auch sind in dem Motiv so eine so eine dickeren naja so ich so ich kleckse dass es halt nicht so ganz so so perfekt ist irgendwie so in der Art dann würde ich einen dunkleren Farbton nehmen wenn man dieses Magenta nicht hat dann oder den also es gibt so ein Farbsortiment was man immer haben sollte dazu gehört noch ein dunkles Rot ein ganz dunkles Rot das habe ich immer hier das dunkle Rot nutze ich wenn ich Magenta mache das nutze ich wenn ich Rot mache ich mache mit diesen manche manche Stile also so ein dunkles Rot muss man haben so und wenn ich das dann gemacht habe dann nehme ich mein ganz dunkles Rot das ist so ungefähr dieser Ton und gehe damit schattiere das hier nochmal so ein bisschen raus das haut hier jetzt natürlich wieder mit dem Stift nicht so hin aber ein Watercolor Video kommt so vielleicht kriegt das ein bisschen verwischt jetzt habe ich hier wieder so einen komischen Wischer so kann man das hier so ein bisschen so würde ich das raus schattieren auch nochmal also ich fange immer mit dem mittelsten Farbton an so und dann nehme ich mir diesen Farbton und gehe nochmal eine Nummer dunkler und dann komme ich mit einer mit einer Round Shader und schattiere mir hier so diese Ecken aber nicht einfach nur eine Linie ziehen sondern immer wieder mal so ein bisschen raus schattieren aber nicht alles dann wieder so da kann man auch ruhig mal noch ein bisschen weiter raus gehen so irgendwie so nachher und ganz am Ende nehme ich mir diesen Magenta Ton hier gehe damit in Weiß rein und schattiere mir das hier in dem Bereich schattiere ich mir das alles raus hier gehe ich nochmal mit Weiß rein einfach so rüber 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 ich kann hier kein Watercolor mit dem Stift machen das kriege ich nicht hin aber mit dem Tätowieren kriege ich es ganz gut hin so würde ich es machen so umgeht man hier diese härteren Kanten hier die man hier so sieht genau so würde ich das machen hier sieht man aber auch dass derjenige ein paar Probleme gehabt hat mit Farbe mit Farbe reinbekommen blau ist eine wahnsinnig schwierige Farbe reinzubekommen und grün auch also blau und grün sind wirklich schwere Farben die vernünftig reinzubekommen aber es gibt Möglichkeiten wie man das gut hinbekommt und dann geht das Blau auch ganz gut rein genau aber ansonsten ist es gut gemacht also hier gibt es nichts wo man sagen muss jetzt oh mein Gott ne das nicht ist bloß so eine Idee und vielleicht eine Anregung mehr ist da nicht zu sagen die Linien wunderbar gibt es gar nichts zu sagen hier haben wir ein Motiv herzlich willkommen im Jahr 1990 das sieht fast aus als wenn das eine Frau tätowiert hat weil ich glaube kein Mann hat hier so eine Haarklammer bei sich rumliegen so von der Sache her ist es gut gemacht es sieht auch ziemlich gut gefüllt aus zumindest so was man hier sehen kann für mich ist dieses Motiv überhaupt nichts würde es bei mir würde ich würde ich nicht tätowieren bitte bitte ja ich würde sowas überhaupt nicht tätowieren erstmal weil es mir nicht gefällt zweitens weil es weil man echt was anderes machen kann aber vom Handwerklichen her ist es wirklich gut gemacht und auch wirklich sehr gut umgesetzt auf jeden Fall zumindest das was man erkennen kann man kann ja hier ist nicht ganz so toll fotografiert aber ja hier gibt es nichts zu sagen alles gut wie findet ihr solche Motive und hier wäre es mir auch glaube ich mir wäre es egal wenn hier bei meinen also bei mir im Laden gibt es sowas ja nicht das ja es wäre mir egal Patrick ganz ehrlich wäre mir völlig egal bei mir im Laden gibt es sowas nicht hier der Kunde wollte das oder so ist mir egal mir ist es wichtig wie die Leute damit rumrennen und da bin ich tatsächlich Mainstream sozusagen und ja es muss es muss zu mir passen ja genau früher war es so ja glaube ich und Abby möchtest du gern so ein Motiv haben so schön auf dem Ober- oder Unterarm oder hier so als Ranke das Bein runter ja also mir gefällt es überhaupt nicht gibt es bei mir nicht genau wenn jemand zu mir sagt hier Kunde ist König dann sage ich immer kannst mal kurz vor die Tür gucken guck mal was am Schaufenster für Name dran steht wenn da deiner dran steht dann kannst du reinkommen dann bist du Kunde König ansonsten bin ich hier der Chef ja genau alles Mode irgendwann kommt es wieder ich warte ja immer noch auf die Plateauschuhe dass die mal wieder kommen ne damit ich mal wieder ein bisschen größer bin aber irgendwie kommt es nicht aber auf jeden Fall umgesetzt ist es sehr gut ohne Frage so jetzt kommen wir glaube ich mal wieder zu einem was nicht ganz so schön fotografiert ist so also hier können wir es eigentlich relativ einfach machen sind schon da also bei mir sind die noch nicht die Schuhe ich hab sie noch nicht also wenn ich mir welche hole und die hier anziehe werde ich definitiv belächelt weil ich glaube hier in meinem Café wo ich herkomme hat noch keiner Plateauschuhe und das Schlimme ist ja hier und bei mir hier in der Stadt ist ja sehr klein und hier weiß wirklich jeder vom anderen Bescheid und meistens wissen sie selber wissen die mehr als du selbst ich sag dann immer wenn du wissen willst wie es dir geht frag deinen Nachbarn so kommen wir zu zu diesem Tattoo hier haben wir ich weiß nicht ob die Pepperschades dazugehören ich weiß nicht ob derjenige auch sein eigenes Bein genommen hat ich hoffe also diese ja ich weiß nicht ob es fertig sein soll oder nicht keine Ahnung aber das ist ja meistens das Problem äh jetzt mal wie sagen wie sagen die Streamer immer jetzt mal Real Talk die meisten Leute die sitzen und wollen tätowieren die suchen sich ein Motiv aus und dann machen sie ihre Linien und das ist genau das was hier passiert ist wir haben hier diese Linien und jetzt ist derjenige dann wird noch ein bisschen schwarz gefüllt und dann ist man aber meistens mit dem Latein am Ende und das ist das was ich im Video gesagt habe wenn man einen Totenkopf schön findet und diesen als Tattoo tätowieren möchte da muss man sich davor stellen und schaut mal durch alles klar ähm wir haben hier die Linien okay wenn jemand äh einen Totenkopf mit Linien haben will dann ist es gut wenn man die nicht haben will dann ist dann wäre das jetzt hier nicht so gut aber gut äh man fängt an mit Tätowieren also setzt man sich hin und zieht diese Linien diese Linien sind wirklich gut gemacht also was man hier sehen kann sind die Linien schön sauber das Problem ist dass man jetzt hier Linien hat und hier oben auch diese ganzen Ypsilons wenn man den Kopf ausschattieren möchte dann steht man da und bekommt sie nicht wegschattiert und das ist das Problem bei diesem Motiv man wird dieses Motiv extrem schwarz machen müssen um das hier wieder wegzubekommen so wir haben ja meistens den Bereich das wird ja hier so ein bisschen rausschattiert dazu müssen wir es aber wirklich schwarz machen weil wenn man sich das mal so anguckt den eigenen schattiert man ja die Zähne sind ja immer da sind ja die Wurzeln oben und deswegen schattiert man das ja so ein bisschen raus man hat nachher aber hier diese Linien drunter und die wird man immer sehen die bekommt man einfach nicht mehr weg man bekommt sie weg also wenn ich jetzt wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und würde sagen hey kannst du mal das Tattoo fertig machen dann würde mir als allererstes auffallen wo ich drüber nachdenken müsste warum ist hier so eine Linie diese Linie es sind beide Linien falsch erstmal diese hier geht so gerade hoch die hätte weiter rum müssen so und diese hier hätte auch weiter rum müssen so ungefähr geht ja der Kiefer dann hätten wir die Nase die müsste halt auch schwarz zumindestens der obere Bereich der müsste auf alle Fälle schwarz hier unten muss man nicht unbedingt schwarz machen kann man kann man auch hell lassen den Bereich hier die Nase würde ich auf alle Fälle ein bisschen mehr ausarbeiten das kann man alles direkt mit der Nadel machen da muss man sich nichts zeichnen oder so das kann man sich direkt selber einfach so rein basteln so den unteren Bereich den kann man schön schwarz machen da hat man immer meistens noch so eine kleine Höhle drinnen hier derjenige der das gemacht hat der weiß nicht wie Totenköpfe aussehen und das ist so ein kleines Problem dann sollte man versuchen das erstmal mit zeichnen so dann kann man nachher die Nase raus schattieren geht man hier man kann ja hier schon ins Auge gehen das Auge kann man hier ein bisschen dunkler so und dann schattiert man das hier so ein bisschen noch ein bisschen mit raus dann kann man hier nachher anschließend eine weiße Kante setzen hat man hier noch so einen kleinen Riss drinnen oder so geht den Bereich hier nochmal lang so und so schattiert man sich das dann nach und nach raus trotzdem hat man dieses Problem mit diesen Y Psylonen hier drinnen wenn man wenn man es nicht fertig bekommt das Tattoo dann versucht man jeder weiß ich mag hier dieses Linienzieherei nicht aber wenn man es halt hat dann hat man es halt und dieser Bereich hier also in so einem Schädel muss man sich eigentlich keine Schattierung drinnen anzeichnen weil die sehen wirklich alle gleich aus da kann man sich seine Vorlage nehmen legt die daneben und kann die dann so ausschattieren da muss man keine Linien für ziehen und wenn man hier diese diese Zähne die Zähne sind einfach wirklich perfekt da würde ich irgendwie gucken dass sie ein bisschen wüster aussehen oder so außer es soll ein perfekter Schädel sein und dann kann man die nachher noch ausschattieren das würde man ja auch noch alles hinbekommen dass es irgendwie so ein bisschen mehr Realität bekommt hier aber wenn man sich diese Fragen nicht beantworten kann wie man das machen kann dann sollte man das erstmal noch lassen dann sollte man anders anfangen zu üben ja hier unten der Bereich den finde ich eigentlich viel schwieriger wenn man so eine Fläche hier diesen Bereich hier mit einer mit einem Farbton ausschattieren will der nicht 100% schwarz ist dann ist das wirklich ja genau wir besprechen nur unsere Arbeiten die wir selber gemacht haben nochmal kurz hier ja genau mit alles zusammengewürfelt und es kann sein es kann tatsächlich sein dass es von ihm das eigene Bein ist ne man sitzt dann halt so hier Bein hier drauf und dann fängt man an kann man ja machen und dann ist das ja auch nicht verwerflich wenn man da irgendwelche Techniken ausprobiert das kann ja so sein meine Beine sehen nicht besser aus also das auch alles total durcheinander und weil ich halt immer wieder mal getestet habe hier unten noch ist ein typischer Dotwork Anfängerfehler wenn ihr dottet ist es genauso wie mit Linien die Außendots die ihr macht um eure Begrenzungslinie zu machen die macht man mit einer kleinen Nadel mit einer Dreier oder mit einer Fünfer in 0,25 und man nimmt sich einen helleren Farbton nicht 100% schwarz wenn ihr schwarz nutzt zum Beispiel so ein Zeugs wie I am Ink oder so dann bekommt ihr hier diese ganzen Blowouts oder auch hier so eine Linie diese ganzen Outlines die müssen das ist hier so typisch dieses Flying Needle wenn man Flying Needle macht dann es ist einfach Mist es ist schwierig schwierig also hier sind noch Probleme mit den Tiefen der Nadel das passt hier alles noch nicht das Dotwork ist zu tief gemacht hier in dem Bereich wurde Dotwork gemacht die obere Kante wurde komplett nicht zugedottet warum auch immer und hier sollte eigentlich nur wahrscheinlich ein hellerer Farbton rein hat aber nicht funktioniert weil einen einen Mittelton zum Beispiel ein sechs Tropfen Schwarz den Rest mit Wasser damit eine Fläche zu füllen die komplett gleichmäßig ist ist unheimlich schwierig ja und ansonsten ist es halt einfach nicht fertig hier muss noch weiter geübt werden hier kommen wir zu einem Standard Auge ich weiß nicht ganz genau wo es ist genau da kann man auch also man kann es fertig machen die Frage ist nur ob man es dann auch noch tut vielleicht später mal irgendwann ja hier haben wir ein Tattoo was ich von der Sache her ganz gut finde aber hier hätte man ein bisschen auf die Linien verzichten können und dann wäre es schöner gewesen wenn man hier diese Träne die ich finde das macht das ganze Motiv so ein bisschen kaputt dadurch dass hier wirklich es wurde ja wirklich wieder eingekreist hier hier ist eine fette Linie rum hier ist eine fette Linie drumrum das finde ich nicht ganz so schön wenn ich Bereiche habe wie diesen diesen hier diese Träne hier die hat ja eigentlich eine dunkle Kante dann würde ich tatsächlich irgendwie versuchen die noch mal raus zu schattieren dann würde ich dann wird man zwar ein bisschen dunkler aber ich würde auf jeden Fall würde ich irgendwie versuchen hier raus zu schattieren damit dieses olle Linien Zeugs wegkommt ich finde es irgendwie nicht nicht so schön wenn es also ich finde so 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 gesamte Linien immer da drinne finde ich finde ich unheimlich schwierig hier unten im Auge diese Schattenkante hier kann man wunderbar erkennen das ist genau das was ich vorhin zu dem Rosentattoo gesagt habe zum allerersten da wurde schön mit der Meckne hier angelegt und dann einfach in diese Richtung runter schattiert und deswegen hat man hier diese Kante drinne und wenn man schon man hätte hier hier hat man hier die Kante und hier hat man die Kante ich nehme die roten nochmal weg dann könnt das sehen seht ihr diese Streifen so und hier hätte man einfach mit einer großen Meckneam irgendwas mit einer 13 15 19 20 egal hätte man hier aus dieser Ecke einfach raus schattieren können zack 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 und wenn man hier das hier schattiert dann hätte man mit der Meckneam genau wenn man schon eine schwarze Linie hat dann hat man noch da seinen schwarzen Bereich und dann hätte man hier nochmal so ein bisschen raus schattiert und schon hätte man diese Kante nicht gehabt aber das ist auch nicht schlimm mit dieser Kante weil wenn das abgeheilt ist ist es sowieso nicht mehr da weil das ein sehr heller Farbton ist ja von der Sache her handwerklich ist es gut gemacht ist schön sauber schattiert ich finde es bloß mit den Linien ein bisschen schade aber ansonsten handwerklich ist es gut so also hier an diesem Tattoo stören mir ein paar Sachen doch tatsächlich ziemlich gewaltig so Tatsache Nummer eins diese Person die dieses Tattoo trägt ist nicht mehr ganz so taufrisch sage ich jetzt mal dann kommt dazu ein Tattoo hier oben drauf das ist einfach nicht gut erstmal ist diese Haut hier sehr alt dann ist es noch da oben drauf das hält nicht lange das wird nicht lange gut aussehen ich weiß nicht wie es jetzt nach dem abheilen aussieht da wird sicherlich schon so einiges raus gegangen sein und so wie das hier aussieht ist ja auch noch das Denzel drunter man sieht hier schon dass die Linien gar nicht richtig drin sind hier nicht hier die Mittellinie die fehlt also ist nicht sauber drin so dann dieses Kettchen Gedöns ja wenn man solche Ketten macht es gibt tatsächlich nichts was leichter ist ja da sind nicht mehr viel Linien zu sehen nachher nee erstmal ist es hier oben drauf da es ist schwierig überhaupt auf der Hand und dann guck dir die Finger an das ist hier entweder wurde hier so die Schärfe hochgezogen aber ansonsten ich will ja niemanden zu nahe treten aber hier das ist ja du kannst ja hier aus den Falten kannst ja mehr lesen wie aus einem Kaffeesatz und das ist einfach keine gute Stelle für solche alte Haut aber was anderes warum ich das überhaupt mit ausgewählt habe erstmal habe ich eben gerade gesagt man muss auch ein bisschen gucken man muss Patrick würde jetzt wieder sagen der Kunde wollte es so aber nein der Kunde wollte es nicht so der Kunde wollte wahrscheinlich ein schönes Tattoo haben und dann muss man halt auch einfach den Kunden mal sagen pass mal auf deine Haut ist nicht mehr es ist einfach keine zarte Haut mehr und das bedeutet dass man die Farbe sehr schlecht rein bekommt und anschließend geht sie auch wieder super raus genau so wie Sina schreibt so aber jetzt kommen wir mal zu diesen Ketten ich sehe hier ein Stencil aber das ist nicht euer Ernst oder also für so eine Kette muss man kein Stencil haben wie macht man so eine Kette erst unten hängen habe wie läuft denn die Kette wenn die Kette wirklich hier so gerade rum läuft was bedeutet das ich stirb die Hand ab so wie macht man das wenn man für dieses Kreuz unbedingt ein Stencil braucht dann setzt man sich dieses Stencil hier rauf mal angenommen das ist eine schöne Haut und man kann das machen so jetzt hat man das da drauf was macht man dann dann nimmt man sich einen Haut Marker einen Stift oder was man auch da hat dann kann man wenn man diese Kugeln hier dran haben will dann zeichnet man sich hier eine Linie vielleicht hier so einen Bogen und geht dann hier wieder hoch so zeichnet man sich die Linie dann kann man hier vielleicht noch eine eine ein Klim ran hängen so wie auch eine Kette hängen würde so dann kommt das nächste da nehmt ihr euch wenn ihr es ganz schnell machen wollt da nehmt ihr euch eine Round Shader Nadel und fangt an nehmt euren Schwarz fangt an und macht Kreise ne ich nehme mal gleich eine schwarze Farbe so ihr nehmt eure Round Shader und fangt an eure Kreise zu machen und dann macht ihr die fast zu so dann geht dann geht ihr wieder zehn Zentimeter weiter und macht sie fast zu ihr lasst euch immer so ein Loch oben und am besten nicht direkt in die Mitte sondern ein bisschen weiter drüben dann könnt ihr nehmt ihr euch eine 5er Liner oder eine 5er eine 7er auf jeden Fall irgendwas dünnes aber und ihr zieht euch solche Bögen und die macht ihr auch hier zieht euch solche Bögen so könnt ihr einfach mit weiß rein und haut euch hier noch so einen kleinen weißen Punkt mit rein und dann habt ihr schon mal eine Kette wenn ihr sie dann noch ein bisschen realistisch haben wollt dann setzt ihr nachher einfach hier so einen kleinen Schatten drunter natürlich immer zur gleichen Stelle einen Schatten drunter und dann geht sie dahin wer sich für so eine Kette ein Stencil machen muss muss das alles ein bisschen überdenken und genauso so macht man das zum Beispiel viele Leute werden kommen und wollen Fußkettchen haben ist genau dasselbe Fußkettchen werden rauf gezeichnet und wenn sie wo ihr den Knöchel an der Seite habt da wird dann halt ein bisschen hoch gezeichnet hier im Prinzip genau dasselbe wenn ihr so ein Fußkettchen wollt die liegen meistens hinten ein bisschen runter dann kommt hier dann kommt ja hier so der Knöchel da geht ihr dann so lang und geht hier wieder ein bisschen runter schaut einfach wie so eine Kette liegen würde aber kommt nicht und malt hier mal so stramm so einfach hier so ein paar Ringe rum und das sind solche Sachen die unterscheiden euch einfach von irgendwelchen anderen Leuten das wichtig daran sieht man dass ihr euch ein bisschen Gedanken gemacht habt und nicht einfach mit dieser Ausrede kommt der Kunde wollte es so und wenn ein Kunde sagt er möchte ein Kreuz auf der Hand und er möchte ein Kettchen dazu haben und ihr bastelt ihm so ein Kram hierhin dann würde er wahrscheinlich auch sagen ja ist toll finde ich gut aber hättet ihr den Kunden so ein schönes Kettchen gemacht dann würde der Kunde sagen wow finde ich total toll und wenn ihr den Kunden gesagt hättet hey komm Ursula unzufrieden wir machen dir das Kreuz an irgendeiner anderen Stelle und wir machen dir eine wunderschöne Kette da draus das sieht wirklich toll aus dann sagt Ursula unzufrieden Mann du bist mein Mann jetzt machen wir das und am Ende ist er glücklicher Klebeband Danny einfach Klebeband nehmen so das zu diesem Kreuz so jetzt haben wir hier noch genau Danny Klebeband hat man in verschiedenen Dicken da das kommt alles in mein Basic Videos in meine Basic Video Reihe genau komm nicht nicht auf die Idee Danny irgendwelches Gummiband oder so zu nehmen Gummiband ist Murks weil Gummiband kannst du hin und her rollen und eine Seite ist höher als die andere wird nie gerade Klebeband von unten zack rum rum einwand frei und in der unteren stelle ist es meistens hat man immer noch ein bisschen Luft drunter da muss man ich zeichne mir immer nur eine an eine Linie und dann nehme ich mir einen Holzmund Spatel mache mir einen Strich auf den Holzmund Spatel einen zweiten Strich auf den Holzmund Spatel und gehe immer rum und verbinde dann die Punkte ja Maxi wenn du mal Ursula Unzufrieden bei dir im Laden sitzen hast dann ist das überhaupt nicht lustig so dieses Tattoo hier dieses Tattoo kann man retten indem man mit einer Liner einfach nochmal über dieses Tattoo geht hier fehlt einfach dieses kontinuierlich sauber durchgeziehe Ursula Unzufrieden ist gibt es so viele Ursula Unzufrieden dieser Name Ursula Unzufrieden der ist genauso alt wie meinen YouTube Kanal ich glaube die habe ich schon mit in meinen ersten Videos aber definitiv mit in meinen ersten Livestreams habe ich diese gute Frau erwähnt so also hier sind die Linien einfach nicht schön und nicht sauber reingemacht das ist alles hier so ein bisschen Kratz Technik hier kann ich wunderbar erkennen dass hier so mit Flying Needle gearbeitet wurde und wenn man merkt man macht hier so seine Linie es ist ja auch immer eine Frage wie viel Können für einem reicht mir persönlich würde dieses Können nicht ausreichen und wenn ich ganz lange auf diesem Stand bleiben würde dann würde ich aufhören weil es reicht einfach nicht ein ein paar Linien zu ziehen und zu sagen ich bin Tätowierer man muss definitiv nicht solche Tattoos machen können wie keine Ahnung diese ganzen Realistik alles was man so bei Instagram sieht wo man davor sitzt und sich fragt oh mein Gott wie macht der das so muss man definitiv nicht arbeiten und aber das hier das reicht halt einfach hinten und vorne reicht das nicht aus und man darf sich auch nicht tätowierer nennen wenn das die Qualität ist da muss einfach mehr kommen und ansonsten ich sagte ja im letzten Livestream schon so dieses nur nur ein paar Linien ziehen und dann soll ich was dazu sagen ist für mich einfach schwierig hier hier sind die Linien einfach nicht nicht sehr sonderlich gut gemacht Yuki na dann Attacke Oldschool kann total cool sein oder schau dir mal einfach Newschool an gefällt dir vielleicht sogar ein bisschen besser aber auch bei Oldschool müssen Linien sauber drin sein sie müssen kräftig sein sie dürfen nicht ausgefranst sein das ist hier halt einfach ein bisschen ausgefranst und hier auch das ist halt einfach das kommt von diesen flying Niedel und einfach mal so ein bisschen lang gezogen dann hat man am Ende einen Haufen Linien man kann ja flying Niedel machen das ist überhaupt gar kein Problem aber man muss dann schon in der gleichen Höhe bleiben also die Nadel darf halt nicht tiefer oder höher nicht immer hin und her und wenn man dann um die Kurve kommt muss man natürlich mit ziehen hier gefällt mir wirklich gut so mit diesen verschiedenen verschiedenen Stufen das kommt natürlich nachher noch Juki na klar kann man das schattieren auf jeden Fall aber dann einfach machen das ist ja jetzt hier dieses Motiv das hier so wie es jetzt hier ist in dieser Größe brauche ich 20 Minuten 20 Minuten für dieses Motiv inklusive aufbauen länger braucht man dafür nicht so und dann könnte man ja zum Beispiel Pepper Shades machen warum macht man da nicht hier einfach ein paar Pepper Shades hier oder man versucht so einen Kontrast hinzubekommen man schattiert diesen Bereich und den lässt man komplett blank einfach nur die Linien aber super sauber und andere Seite schattiert so das hätte man ja machen können aber so ist es ja halt nicht nicht fertig und das ist ja das Problem Maxi ich wiederhole mich tatsächlich ziemlich oft aber ich ob ihr es glaubt oder nicht aber ich bin gerade dabei ein Video zu machen und zwar Flying Needle oder doch den Tipp aufsetzen es gibt nämlich setzte zu 90% den Tipp auf die Haut auf und ich werde euch zeigen warum das besser ist und hauptsächlich als Anfänger besser ist genau Juki ein bisschen Pepper Shades da rein aber man hätte es ja fertig machen können dann hätten wir jetzt ein bisschen mehr zum reden gehabt ja ich mache ein Vergleichsvideo von Flying Needle oder halt den Tipp auflegen ich bin ein totaler Fan davon den Tipp aufzulegen und ich zeige euch genau den Unterschied ich kann beides ich kann auch Flying Needle gar kein Problem aber trotzdem ist für mich Tipp auflegen besser und ich zeige euch ein paar Tricks wie ihr das machen könnt und dass es unwichtig ist ob ihr eure Nadel sehen könnt oder nicht und außerdem auch bei Flying Needle wenn ihr eure Nadel sehen könnt dann seid ihr nicht tief genug aber ich zeige da ein paar Tipps es ist das es ist das Video für Mittwoch habe ich schon im Kasten ich gucke mal ob ich so ein Sondervideo mache und dann haue ich das zwischendurch noch mal raus aber ich kann halt immer nicht so irgendwelche Kunden nehmen und kann sagen ich ich muss jetzt mal ein paar Linien auf die rum ziehen und ich auf mir selber mache es nicht es tut mir einfach weh da habe ich keine Lust drauf und also bleibt mir nur Kunsthaut aber ich bin nicht so der Fan von diese Kunsthaut es gibt andere Kanäle die versuchen einen immer irgendwas zu erklären auf irgendwelchen Kunsthäuten da halte ich überhaupt nichts von weil auf Kunsthaut ist nicht echte Haut hier finde ich cool kann man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter sehen und zwar diesen Bereich hier hier wurde wirklich was ich sehr gut finde ein 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 Tätowierer der frisch anfängt oder so der achtet nicht auf solche Details aber ich finde das ultra wichtig man kann hier diese ganzen Farbabstufungen kann man kaum mal kennen hier muss man einfach wirklich auf seine Farben vertrauen und wenn das nämlich abgeheilt ist sieht es echt klasse aus und das ist einfach wichtig dass man so hier oben sieht man sieht man das natürlich ein bisschen kräftiger finde ich sehr gut gemacht hier wird ein tolles Tattoo gefällt mir und auch mit diese unterschiedlichen Farbabstufungen ja genau Alex darum geht es ja und deswegen habe ich mir jetzt überlegt diese Basic Reihe zu machen und da gehört das halt mit da rein bei den meisten fangen die Probleme ja schon viel früher an und es gibt auch Leute die kaufen sich einfach alles die kaufen sich die teuersten Sachen und 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 werden trotzdem nicht besser dabei liegt es einfach nur an etwas bestimmten und da will ich so ein bisschen Kram in meine ersten Anfänge und ich habe mir so eine Fragen ich hatte ganz zu Anfang und die gehe ich mit euch durch wie viele Videos es werden weiß ich nicht aber ich handel immer so ein paar Sachen ab ja hier auf jeden Fall ein tolles Tattoo so hatten wir das schon mal ne das sind verschiedene Farbabstufungen gewesen ne das andere Farbabstufung ist da auf alle Fälle auch mit bei also der Abstand ist ein bisschen dichter aber auf jeden Fall ist Kommen wir wieder zu Kunsthaut erstmal man verfolgt ja das hier so ein bisschen mit und ich denke ich kann auch sagen wer es gemacht hat hier Oma Abby das ist hier von Oma Abby okay Vicky hatte ich noch nicht weiß ich nicht ich bekomme so viel Kunsthaut wir sprechen jetzt erstmal kurz über das hier also ich finde hier ich weiß nicht was für eine Technik sie probiert hat falls Pepper Shades sind hat sie die wunderbar gemacht die gefallen mir wirklich gut oder sie hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat jeden dort einzeln gesetzt das kann auch sein aber auch das hat sie sehr gut gemacht dann hier diesen Bereich diese Pepper Shades auch sehr schön das gefällt mir sehr gut diese Kunsthaut ich weiß nicht genau was für eine Kunsthaut das ist aber das ist glaube ich nicht dieses Real Skin dafür glänzt die irgendwie ein bisschen zu doll ich weiß nicht ob du dir vielleicht mal diese Real Skin besorgen solltest oder ich frage mal bei ich frage mal einfach an ob ich die zu einem guten Kurs bekommen kann um die an euch ein bisschen weiter zu geben ich frage dann mal an vielleicht klappt das dass wir die so ein bisschen günstiger ran bekommen ansonsten ja schön Mühe gegeben natürlich ist es nicht perfekt es ist auch nicht aber es ist halt doch schon ein wahnsinniger Sprung wenn ich bedenke wie die wie die vorher ausgesehen haben hier ist jetzt wirklich schon mal dass hier so einige Linien schon sehr schön sauber durchgezogen sind also hier sieht man wirklich den Fortschritt finde ich gut ich würde vielleicht noch ein bisschen auf Kunsthaut weitermachen und einmal eine vernünftige kaufen würde ich dir wirklich ans Herz legen und dann damit nochmal arbeiten und dann guckst du dir jetzt noch die nächsten Videos an die da jetzt vor mir kommen und dann sollst du sehen kriegst es hin so hier haben wir wieder so ein Säbel ich weiß nicht ich weiß nicht wie das Original Bild ist aber ich habe hier das Gefühl das Nasenloch ist nach vorne also hier bei diesem Bild haut definitiv der Mund und die Nase nicht hin beim Mund ist der Hügel hier der gehört da nicht hin ja genau real skin ich guck mal ob ich da irgendwas machen kann ja was mit der Nase passiert ist weiß ich nicht aber sieht tatsächlich aus als wenn das Nasenloch in die falsche Richtung geht und auch der Mund haut da nicht hin hier hätte der Mundwinkel der hätte höher also der hätte einfach durchgehen müssen so hätte der ungefähr gehen müssen na vielleicht nicht ganz so steil aber auf jeden Fall hätte er da nicht diesen das haut nicht hin und das muss man sehen das ist einfach Pflicht ja genau so von der Sache her ist es schon gut auf jeden Fall auch Linienführung finde ich das ist aber man hat oftmals ich glaube zu behaupten wer auf real skin Linien sieht dass sie wirklich perfekt aussehen der ist auf echter haut viel zu tief man muss auf real skin oder generell auf kunst haut müssen die farbabstufungen müssen viel dunkler sein ne quatsch da müssen die viel heller sein und die Nadel also wenn man mit der gleichen tiefe in die echte haut geht wie in kunst haut dann ist man definitiv zu tief also diese linien die wären halt auf in der haut wären sie halt nicht richtig drin gewesen aber von der sache her es ist hier ja egal die schattierung also man sieht dass es noch am anfang steht man hier nicht weiß wo man anfängt mit schattieren wenn man das Problem bei Gesicht und das macht man tatsächlich mit dem Wippen es ist wirklich schwierig zu erklären es geht auch relativ fix zumindest bei mir wenn man dann hier hier ist ja so der Nasenbereich also würde man ja eigentlich hier so ein bisschen schattieren in dem Bereich dann kann man hier ein bisschen raus schattieren noch ja also das schattieren an sich ja weiß ich nicht wenn man es noch nicht so richtig kann ist schwierig vor allem weil man ja auch nicht weiß wie fängt man überhaupt an wenn man nicht wenn man es nicht kann ich habe hier noch so ein Kunsthaut ich hätte auf jeden Fall diese Rose hier ein bisschen anders gemacht ich finde sie hat einfach viel zu viele Blätter sucht euch einfach Motive aus die die weniger aufwendig sind das Problem bei dieser Rose ist auch dass diese Linie hier nicht passt dadurch hat man den Eindruck dass die Rosen das Rosen Innere überhaupt nicht in der Mitte ist nämlich diese Linie hier die hätte hier hinten hingemusst hier von da aus hätte es losgehen müssen ja wolle genau also dieses Franken Skin habe ich noch nicht gehabt aber dieses Real Skin das habe ich ja jetzt auch schon mal getestet das finde ich ganz gut ja also hier den unteren Bereich finde ich gut von dieser ganzen Rose also gut hier diese Blätter ja das hier das muss nicht so sein aber diese diese Blätter hier die finde ich auf jeden Fall ziemlich gut hier und das hätte auch so weiter gemacht gehört bis hier so den Bereich finde ich wirklich gut hier ist schön leicht raus schattiert aber dann nachher hier hier war es dann halt einfach nur noch wichtig irgendwas zu schattieren hier noch mal ein bisschen da noch mal ein bisschen überall noch mal ein bisschen und das liegt einfach daran weil es einfach zu viel wird und man hört dann auch auf dann soll man dann lässt man es einfach liegen macht Feierabend für heute und macht einen anderen Tag weiter oder so damit es dann halt gut wird und es ist doch völlig normal dass man noch nicht so komplett durchhält man muss auf kommt am Mittwoch genau auf jeden Fall ist das hier mit der Kunst auf jeden Fall schon mal sehr gute Sache und immer weitermachen weiter dranbleiben ich habe ganze 40 Minuten länger gemacht und damit habe ich ein bisschen rausgeholt für den letzten Livestream den wir verpasst haben alle Bilder wo ihr heute nicht dabei wart oder so die habe ich alle ich arbeite die einfach nur von unten nach oben hoch und beim nächsten Mal sprechen mal über die nächsten Bilder irgendwann sind eure Bilder dabei ich habe gesehen einige sind auch im Spam Ordner gelandet die musste ich heute erstmal rausholen und deswegen sind noch ein paar ältere hier mit drin gewesen aber wir arbeiten auf jeden Fall alle Bilder ab und ich habe zu allen Bildern was zu sagen so und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns am nächsten am Mittwoch wieder oder ein